Ich will zum Schmied verdammte Kacke. Warte mal, muss man davor noch jemanden besiegen bevor man zum Schmied kommt? Ne ne? Weiß ich nicht. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass ich keine Ahnung habe. Warte mal kurz. Ich gehe mal wieder dahin, wo ich übernicht gesprungen bin. Sorry, Leute. Oh, sorry. Vor dir rechts. Ja, das ist ein Item. Was wollte ich da dran nicht? Hier links und rechts echt gar nichts mehr, Alter. Kacke. Hier über die Brücke. Hier über die Brücke. Soll ich ein Heimkerknochen, ey. Ich will zum Schmied, verdammt, wo ist der denn? Shit, 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 shit. Pass auf, Falle? Wo zum Henker soll deine Falle... Ach, der Boden bricht da ein. Auch schon bemerkt, ja? Nein. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen mit meinen Augen. Krieg ich schnupfen oder was, Alter? Das gibt's doch nicht. Ja, Schatz. Was, Schatz? Hier ist kein Schatz. Was ist denn da oben, Kollege? Dann kletter ich mal hoch. Muss ja aber doch, da oben muss irgendwas sein, ey. Ja, ich muss gleich mal kurz ausschnauben. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier anfange, warum ich in der Nase anfange zu laufen, ey. Eigentlich bin ich nicht krank. Ich hab nicht vor, krank zu werden, wenn ich ehrlich bin. Hier bin ich getötetet. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder mit dem gleichen Fehler, Alter. Ich glaub's nicht. Warum bin ich denn so behindert? Ach, und da hab ich den Schmied gehört. Okay, ähm. Ich glaub, ich weiß, wo er ist. Wie du weißt, wo er ist, es wäre nice. Ich ihn gerne noch heute finden würde. Ähm. Warte mal. Ach, gut. Ich glaub, der ist ein bisschen weiter, wenn du über die erste Brücke gegangen bist. Also, wie wäre diese erste drehbare Brücke? Hm. Meinst du, da ist er? Jo. Ist das die Brücke von Patches? Nein. Welche Brücke gehört jetzt zu Patches? Die da unten? Das war zu weit. Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Hau. Ja. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, dass ihr das Geräusch in Black Ops 2 gehört habt. Ich kann nicht mehr anders. Das hat sich einfach so geändert. Das hat sich dieses Geräusch an, wenn der Typen Tomahawk wirft. Ich bin schön. Guter Vergleich auf jeden Fall. Ehrlich. Das ist keine Lüge, mein Freund. Das ist der nackte Wahnsinn. Und Wahrheit. So, jetzt probier ich einfach mal da drüber zu gehen, anstatt zu wollen oder so. Ja, das waren 20.000 Seelen, Mann. Tschüss. Ja, sonst gucke ich mir eventuell nochmal Holly kurz an. Holly LP. Und gucke da mal rein. Und der war ja da, ja. Das hat ja alles gemacht. Er war da. Ja, ja. Na klar, der Tag sitzt ja komplett gespielt. Eine grüne Scherbe. Die Frage ist, wenn ich da runtergehe, ob ich sterbe. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich ist es so. Ja, wenn, dann sind 21 Seelen für den Arsch. Oh, ich bin nicht gestorben. Aber ich weiß, dass... Ich habe den Schmied. Ich weiß, wo er ist. Aber ich weiß, dass irgendwo da unten noch ein Boss sein soll, oder? Etwas Boss-Gehndes. Ach so, ja, nein, nein, diese komische Drei-Masken-Typ-Ding-Bumms da. Ja, egal, ich gehe rein. Oh. Oh. Er hat Zeug da oben, bei dem, ey, Mann. Ich glaube, der weiße PewDiePie hat ihn geschlagen, ohne überhaupt zu wissen, dass er ihn geschlagen hat. Du bist ein Schmied. Du bist kein Gegner. Hast du ihn gefunden? Nein. Oder? Doch. Hä? Wo denn? Da, wo es so aussieht, wie eine Windeltrepe. Eine Wendeltrepe. Eine Wendeltrepe. Das ist so undeutlich. Hi. Willst du mich hauen? Hi. Was denn? Ich kann mir ein Feuergraswappenschild machen. Ey, wo hast du ihn gefunden? Ähm, das, ähm... Ist das ein Skelettschmied, ne? Ja. Alter, wo war der? Wo hast du ihn gefunden? Ähm, du musst die Wendeltrepe runter. Also nach der ersten Brücke, die du drehen musst. Dann ist das so was, so ein Wendeltreppen-ähnliches Ding. Ne, warte, hatte erste Brücke, ich... Bin jetzt grad... Ich komm grad nur zur Brücke, da wo Patch ist. Ist. Warte, ich geb mir Mühe, wenn ich jetzt sterbe. YOLO, scheiß drauf. Warte. Halmkerknochen... Ach, fuck, Alter, man. Aber der hat nicht so tolle Sachen, das ist... Der kann Feuersachen schmieden, das ist schon mal... Trotzdem, ich weiß, dass der einen krassen Shortcut aufmacht, deswegen will ich da hin. Das war ja so eine Zwischensequenz, ne? Ja. Ja, deswegen. Da hat so eine Mauer eingeschlagen. Erste Brücke, erste Brücke, wie komm ich da hin? Alter, ohne Scheiß. Feuerhochigatana, das hab ich gemacht, da jetzt, das ist so geil. Waffe verstärken. Komm, schau und sag mir, dass es da ist, da Feuerhochigatana. Ich kann Hebel drücken. Mit grünen Scherben. Oh, warte, ich glaub, ich hab's gefunden. Ja, ich hab's gefunden, glaub ich. Um Feuerwaffen aufzubessern brauchst du, ähm... grüne Scherben. Aber wie muss ich hier springen oder fallen? Du musst einfach gehen, du musst einfach gehen. Oha. Also, Vergleich. 72, 204. Uchigatana, 144, 144. Dann einfach komplett runterfallen lassen, oder wat? Nein, nein, nein. Gehen, aber... Plattform-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat-Plat. Ja, ja. Boah, ich muss kacken, gehe ich. Lebt doch auf, was... Lebt doch auf, was dir was da liegt, verdammt. Ich bin kurz weg. Ja. Wie geht es mit dir? Du spielst meinen Fokus. Dann produzi mir ein paar Wehrs. Erstmal alles reparieren. Ich glaube, ich habe keine Seelen mehr. Toll. Was kann er denn machen? Feuer. Waffen. Ich werde mich zu. Okay, ich kann... Gut, ich werde doch gleich, äh, dann einen Schnitt machen. Wir haben den Schmied gefunden in der Katakombe. Das finde ich toll. Wir könnten theoretisch auch zum Boss rennen, wenn ich das möchte. Ach komm, Yolo, ich renne durch die Nebelwand, die da ist. Alter, wie ich dich umkippe. Nice. Yolo. Was jetzt kommt, weiß ich nicht. Vor dir Boss, hat er gesagt. Okay. Ach, hier ist das, glaube ich. Oh, nein. Nein, ich habe... Nein. Stirb. Kunst des Entfachens. Okay. Menschlichkeit. Das war's. Was ist das? Maske des Vaters. Was machst du denn? Das ist ein Helm, wa? Mit dieser Maske gehört sich die Last, die man tragen. Gleich der Helm. Mit dieser Maske, die dem papferen Vater gehört, lässt sich die Last... Ah, cool, die Last. Ja, brauche ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bleib beim Gargoylehelm. Okay, wir haben die Kunst des Entfachens gelernt. Nice. Das gefällt mir. Ja, dann, äh, suche ich jetzt auf jeden Fall das nächste, letzte Leuchtfeuer, wie auch immer. Wo komme ich denn hier raus? Wie zum Henker komme ich hier raus. Hä? Lol. Hä? Das darf ich bestimmt den Heimklauch bekommen, ne? Ja, klar. So, zack, zack, zack. So, Wolf ist ja nicht da. Gerade. 15.000 Seelen bekommen, von dem Typen. Okay, ich raste hier. Teleportiere mich aber erst mal... Warte mal, hab ich 10.000, ist das Flackhorn? Ja. Teleportiere mich zum Feuerwandschrein. So. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Dark Souls. Tschüss. 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 Vielen Dank.